The truth is, I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken. And I can't even do the fake love, there ain't no potential. Willkommen hier im Mercedes-Benz Stadium. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfhuss und Frank Buschmann. Heute wird es bei uns um ein Division Rivals Duell gehen. Das könnte spannend werden, Buschi. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Im Tor ist Alisson. Antonio Rüdiger spielt mit Joel Matic in der Verteidigung. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Ein-Mann-Sturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Das ist die heutige Ausstellung der Gäste. Marc-André Tastegen im Tor. Joshua Kimmich spielt mit Nico Schulz in der Verteidigung. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Gnabry. Dele Alli gegen Marco Reus. Das wird ein spannendes Duell, oder? Was erwartest du? Boah, Dele Alli ist ein Mann. Jetzt die Möglichkeit. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Auf außen ist jetzt Platz. Roberto Firmino. Sie können sich gut vor ein. Tolle Aktion. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Gute Aktion. Ganz energisch. Ball läuft gut. Ja, könnte was werden. Reus. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Mondi. Philippe Andersson. Jetzt kann er flanken. Klasse, wie er das gelöst hat. Mares. Unaufhaltsam. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da können sie erst mal klären. Jetzt können sie vielleicht kontern. Werner. Reus. Serge Gnabry. Klasse Aktion von Mati. Gnabry. Der geht daneben. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt Marco Reus. Guter Schuss. Knapp vorbei am Tor. Fabinho. Fängt diesen Ball ab. Reus. Guter Einsatz. So kommt Mati Bi an den Ball. Fabinho. Und Firmino. Philippe Andersson. Da ist die Hereingabe. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power. Eine leichte Nummer. Kimmich. Gnabry. Der Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Mares. Dele. Guter Zweikampf. Die setzen groß unter Druck. Riyad Mares. Super Tackling. Klasse wie er das macht. Holt sich den Ball. Er geht daneben. Und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Zuspiel Reus. Gegner ist da. Femino. Mares. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären. Sie sind weiter im Bedrängnis. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Da haben sie jetzt Platz. Vielleicht die Führung jetzt. Kein Tor. Alisson behält die Nerven. Macht zu. Und das war natürlich eine Riesenchance aus dieser Distanz. Kimmich führt er aus. Reus. Jetzt schießt er. Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Sie holen sich den Ball. Sie holen sich den Ball. Werner. Werner. Timo Werner. Werner. Timo Werner. Mahrez, Vardy, immer noch Vardy, Vardy, sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen, so hatten sie sich das vorgestellt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0, knappe Pausenführung, es steht 1-0, das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Groß. Leroy Sané. Mahrez. Viel Platz jetzt auf außen. Roberto Firmino. Ah, der Versuch. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Toni Kroos. Werner. Das könnte was werden jetzt. Kroos. Kroos mit dem Zuspiel, aber wird abgefangen. Philippe Andersson. Da verlieren sie den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und Kroos. Gefährlich. Reus. Fabinho mit dem Ballverlust. Toni Kroos. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht... Servus. Ja. because... Untertitelung des ZDF, 2020 Zurecht die gelbe Karte Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren, diese Verwarnung geht in Ordnung Jetzt würden wir hier neue Impulse setzen, die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel Müller Und groß Timo Werner und Reus Toller Pass Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim, das ist eine richtig interessante Partie Ein ganz starkes Tor und überragend vorbereitet Ah, sehr gut gespielt und die direkten Abnahme ist dann technisch sammeln Modetien bisher, dazu passen auch die Ballbesitzquote Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt Gute Aktion jetzt So, Platz für die Flanke Fängt diesen Ball ab So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren Da erobert er den Ball Vorne jetzt die Balleroberung Philippe Andersson Sané Werner Jetzt Marco Reus Steilpass kommt von Reus Klasse gespielt, guter Steilpass Sie liegen vorne und das ist natürlich absolut verdient Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt Super gemacht hier per Vollspann Nicht einfach draufdreschen, schön platzieren Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1 Schön, wie sie da die Offensive unterstützen Rüdiger Geht dazwischen und hat den Ball Müller, klasse Marco Reus Thomas Müller Werner Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff Sieht im Moment gut aus Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen Der Tor war von Anfang an heute unsicher Und jetzt auch in dieser Szene, Buschi Ja, die Mannschaft braucht ihn in Topform Die kann er heute bisher zumindest nicht abrufen Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr Mal sehen, was sich noch tut Ja, der nächste tolle Pass Steilpass kommt von Reus Müller macht das Tor Er ist ein klasse Spieler, ein absoluter Weltklasse Spieler Unaufhaltsam Und das hat er hier auch wieder gezeigt Heute ist er nicht der gewohnte Rückhalt Leider nein, keine gute Leistung Und sie liegen uns schon deutlich zurück Sie dominieren die Partie nach Belieben Und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus Sie haben Platz Jetzt kann er den Ball reinbringen Ja, macht das da ganz sicher Reus Da haben sie jetzt den Ball Jetzt müssen sie aufpassen Da geht Matthäus beherzt rein Ganz sicher Auch dieser Ball kommt an Da wäre Platz auf außen Und Reus Steilpass kommt von Reus Eigentlich eine gute Aktion Aber der Ball ist weg Und nun Firmino Ballverlust Sané Werner Timo Werner Wichtig, dass er sich den Ball holt Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust Guter Vorstoß Kann was werden Reus Das ist die Chance Reus trifft Herrlich gemacht Das ist eine seiner großen Stärken Das hat er Das ist einfach Wenn Sie heute question sind Wie versucht Im Is Wie ist Das ist Vielen Dank.